Das Seegel, oder was ist das? Das sind doch keine Seegel. Wo ist die Kiste? Ach, da! Okay, wir haben sechs von sieben Drohnen gefunden. Wir haben auch die Animus-Fragment, die, glaube ich, beide gefunden haben. Wir haben beide geguckt, haben wir beide? Ne, haben wir nicht. Da ist er noch eins. Aua, und jetzt müssen wir eine Luft holen. Oh, okay, wir müssen... Oh mein Gott, Luft. Oh mein Gott, Luft, oh mein Gott, Luft, oh mein Gott, Luft. Jetzt wird es wirklich kritisch. Das Wasser wird sogar rot, alter. Das macht voll Spaß, irgendwie. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Animus-Fragment. Oh, da ist ein Wal, alter, da ist ein Wal. Das ist ein Wal. Kann ich zu dem Wal hin? Das wäre natürlich endgeil. Ich habe das zu schnell für mich. Und? Oh, 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 oh. Aua. Irgendwo hier ist noch eine Kiste. Da unten. esquaktẩn. Äh, krass 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 krio. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Ach, jetzt irgendwas tut. Noch Eine gewesen sind doch tot. Jo, das waren die tausender Droh Ja, ich war jetzt weg hier Weg hier, weg hier Zu dem Mast, wir müssen zu dem Mast unbedingt Ja, schneller Was, nein, das ist kein Abschlussmast gewesen, Mist Egal Schaffen wir, komm Der Hai ist hinter uns Oh, 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 das war knapp, ey Der war bestimmt genau hinter uns Okay, und hoch mit uns Wunderbärchen Treffen sie Frontal auf Riesenwellen, um Schäden zu ver- Oh, oh, oh Wow, ein bisschen verhaftet ist mir untertrieben Wuhu Wunder Alter Schwede Wo kam das denn auf einmal her Schwenkt sich das Wetter aber auch um, während wir unter Wasser sind? Okay, gut Schauen wir kurz die Vorräte, die da vorne sind Oh, was ist hier los? Das scheinen Schiffe gewesen zu sein Metall Stoff Metall Ihr habt das waren Schiffe Da hinten scheint Schiffe zu sein Hier geht es mal nicht näher hin So, was war das? Rum Und Monster will Oh, 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 oh Rumschwenken Wo Und um Was, vier Crew mit wieder verloren Ja, nicht noch von Stürmen ist bei 30 Ne, bei Stürmen ist 30 Aber jetzt geht es auf einmal wieder Ach so, verstehen So, okay Da hinten müssen wir hin Das heißt, wir müssen ein Stück mehr nach hier fahren, weil da eine Insel kommt Und ich sehe die Schiffe gar nicht, die hier sein sollen Ach da Schoner, Stufe 4, Holz und Zucker geladen Ist das? Was war das denn? Seht ihr das Zeichen da auf der Welt mit dem Haus? Was soll das sein? Jetzt bin ich aber gespannt, was soll das Haus darstellen? Na nu Schnellreise Ach, das ist wahrscheinlich so ein Dschungelgebiet, alles klar Das ist wahrscheinlich der einzige Dschungelgebiet Die gibt es ja auch noch hier, man kann ja auch in den Wald gehen Ich wusste auch nicht, dass wir die schon freigeschalten haben Ich dachte, die kommen auch noch später Okay, dann halt nicht Was ist das denn? Das ist Benjamin Sie sollten die Mission aufrüsten Na, passt schon Der hat ja nicht unbedingt das große Schiffe Was zum Teufel ist dir geschehen? Ein Angriff? Aber von uns Es war Blackbeard, der zuerst schoss Er griff eine britische Man-of-War an der Idiot Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst Ich hole ihn heim Lass ihn heim Das hat er sich selbst zuzuschreiben Die Ranch ausfindig machen Ich hab so das Gefühl, das gibt bald einen großen Streit hier Ich will ja nichts vorwegnehmen, aber ich hab so das Gefühl, dass Das noch nach hinten losgehen kann, was Blackbeard abzieht Ach Quatsch, nicht zur Flotte, ich werde nicht zur Flotte Ach Quatsch Nicht Flotte, nicht Flotte, nicht machen Nein So Wir gehen zum Und Verkaufen unsere Fracht erst mal Fracht verkaufen Rum Boah, haben wir echt viel gesammelt Zucker haben wir gar keins Okay, dann kaufen wir jetzt Jackdoor Upgrades Kann man irgendwas kaufen Stärke der Feuerfässer Das Lager für schwere Kugeln So, bestätigen wir, wir kaufen, dass man so ein bisschen Lager auf, da brauchen wir ja nichts für Lager für Mörser kaufen wir nochmal an Und Panzerung des Beibots, falls wir nochmal auf den Ball stoßen Schön Echt toll, die ganzen Upgrades Die Queen Ainz Revenge ausfindig machen Okay, wo soll die sein? Dann sägen wir mal da mal hin 2400 Meter, das geht ja noch Was hat Blackbeard da schon wieder gemacht? Zucker und Rum ist da drauf Kommt, der ist alleine Hören wir uns nochmal Hat der angehalten jetzt? Ah nee, ich bin da rausgegangen Ich bin vom Ruder weggegangen Kräft er mich ein? Da hinten ist ein Wrack Sieht frisch aus Ich sehe es Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand Boah, mal sehen So, immer schön drauf Das läuft langsam aus dem Ruder Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein Das habe ich nicht Sondern Thatch und Pawnigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg Oh doch? Ei Aber beide haben das Herz am rechten Sie beide wollen das Beste für die Leute Das sehe ich auch noch oder was? Das ist auch der beste Kurs für uns Wenn die Stadtreten in die Kühe werfen müssen Wir sind alles kann gekämpft Wir leben und leben und leben mit Herz Woher wir sind Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort ist Macht und Reicht Die Antwort ist nicht zahlt Feindliches Vorjahr Händen wir das Observatum? Hätten wir genug Geld, um den ganzen Kühen zu kaufen Dann würden wir leben Über diese Kaiser-Käser-Käser-Käser-Käser Sie selbst nicht mehr zu kaufen Das sind große Worte, Poppen Aber siegst du für deine Kühe Oder für dich selbst Ich will das Beste für dich Aber das schmutzig Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst Okay Wir ändern mal das erste Schiff Da kommen ja ganz schön viele jetzt auf einmal hinzu Das geht ja gar nicht Ich wollte eigentlich nur ein Schiff ändern Wie kommen da nochmal gleich so viele? Bam 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 Und da oben Oh, Captain, die schon wohnen Okay So, und stopp Mist, noch nicht gekriegt Die Zücken gehen auf die Ketten mit ihren Ja, ja, komm hier Verarsch mich nicht So, Schwerter ziehen und So, gegnerische Crew töten Kann man ja irgendwo Feuerfässern stehen Nee, aber wir können auch so gut Hallo, bis vor Augen Stirb einfach Dann halt nicht und drauf Und drauf und ja auch noch Und noch einer Wunderschönen Punkt So Erstes Schiff Das wollen wir jetzt natürlich zum Reparieren benutzen Wenn wir gegen die anderen Schiffe noch ankommen So Haben jetzt gemerkt, dass bei den großen Schiffen Die Leute sich anders hinsetzen Holzzucker Ejektor reparieren So Okay, es geht weiter Ein bisschen schnell sein Was ich gerade ein bisschen doof fand, ist, dass dieses Wo ist das andere Schiffe? Habe ich das zu senkt? Was ich jetzt ein bisschen doof fand, ist, dass Dass die Schiffe genau dann kamen, als der Typ gerade geredet hat Das hat natürlich das ganze Gespräch gerade ruiniert So, komm her So, Mörser eingesetzt Und Die Mörser sind einfach so geil Im Vergleich zu dem, was man dann erbeutet aus den Schiffen So, ein Schiffton Wo ist das Schiff? Da Wo ist das Schiff? Da hinten Ähm Oh, was wird das Schiff jetzt losgelassen? Keine Ahnung Komischer Käpt'n So Und los geht's Ey, gleich, Spunder Bei 15 Mann durch Die kann ich ihn doch mal benutzen Rinderische Kundschaft zu töten Flup 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 Und Flup So, Leute, habe ich gesündet Sechs Stück Und Go Und Go So, nachladen Schön nachladen So Und Neun Stück Hammer Ist das verfehlt Ne, auch mal nach oben Trüben So, zwei tot Dritt noch tot Oh, das ist Grundschöpfer Ja, das ist ein Grundschöpfer Ne, genau So, wir werden sie erst Stimmt jetzt, ne Das war gar nicht der Grundschöpfer Wo ist der Grundschöpfer Hier ist niemand mehr Wo ist der? Auch hier Stimmt Das wollte ich nicht, aber egal Stirb, 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 stirb Stirb, stirb Stirb, stirb Stirb, stirb Ist irgendeiner von den beiden Eigentlich Oder auch feiner Ist mir auch egal Wo ist der Grundschöpfer? Ach, der ist da oben wieder Kein Wunder, dass ich ihn nicht finde So, rufen uns Ja, vor allen Dingen Du da oben Schöne an der Sache Das ist natürlich Die ganze Zeit von Menschen Dann halt anders Flatsch Unten ist er Unser, alles unser So, na dann Hallöchen Weil das Teil überhaupt noch jemand lebt Die sind alle tot Ich hab's auch noch gemacht Gut, vielleicht waren wir 100 Metall Geil Jackdor reparieren 100 Metall Episch Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon wieder aufnehme Ey, das geht ja gar nicht Geil Jetzt Wir sind uns Wir sind schon wieder Ihr Wir Wir sind Aber Wir sind